Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dragos News. Ihr seht es, das selber geht wieder, wir können wieder spielen. Leider geht es mir momentan nicht so gut. Wegen diesen Heizungen habe ich extrem trockenen Hals und Kopfschmerzen. Das tut mir jetzt auch leid, ich möchte ja gerne mit euch weiter hier bauen und Spass haben mit anderen Spielen. Wir müssen uns einfach ein bisschen verschieben, auch ein paar Verfexer mit dem Gladiator und City Skyline, MooOnline oder MooLegend. Allehand Sachen müssen wir ein bisschen verschieben und eventuell kann ich dann irgendwo anders hinziehen, weil ja, sonst kann ich ja nicht jeden Abend Livestreamen. Das ist natürlich auch nicht so gut. Jo, also ich kuriere mich aus und dann machen wir natürlich wieder 100% weiter und haben natürlich auch viel Spass. Hexi geht auch weiter und vielleicht sogar noch ein neues Projekt irgendwie. Ihr dürft ja gerne wählen. Das dürft ihr jederzeit. Jo, also, ich möchte es kurz halten. Dankeschön und ja, bis demnächst, gell? Ich weiß jetzt nicht, wann der nächste Livestream geht. Wahrscheinlich spontan. Also schaut manchmal auf YouTube, wenn ihr gerne einen sehen wollt. Und bis dann. Tschüss!